Show2Dog ist eine weltweite Plattform für die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten, die der besseren Überwachung dient. Das ist Paul. Er liebt es, wenn alles miteinander verbunden ist. Show2Dog unterstützt seine Behandlung und verbindet ihn mit seinem Arzt, um Veränderungen seines Gesundheitszustands frühzeitig zu erkennen. Zum Beispiel können sein Blutdruckmessgerät sein Pulsoximeter und andere Geräte sofort Daten an Show2Dog senden, entweder manuell oder automatisch. Paul liebt es auch, wenn man ihn daran erinnert, seine Medikamente einzunehmen. Pauls Arzt überwacht seine Gesundheit online und füllt täglich das Patiententagebuch aus. Während der Pandemie kann Show2Dog die Anzahl schwerer Fälle und Krankenhausaufnahmen erheblich reduzieren. Und das ist Steven. Er ist in Selbstisolation. Stevens Arzt überwacht jeden Tag seine Gesundheitszustandsänderungen und kann Covid-Symptome rechtzeitig erkennen. Show2Dog in Selbstisolation, bequeme Aufgabenverwaltung, einfache Videoanrufe, Live-Chat, Verschreibungen von Ärzten, Patiententagebuch, Vitalparameterkontrolle, Zeitplanung und vieles mehr. Das sind Anna und Peter. Sie erwarten Ihr erstes Kind. Um unnötige Klinikbesuche zu vermeiden, verwenden Sie Show2Dog. Mit Show2Dog überwacht der Arzt die Vitalfunktionen von Anna und er ist immer da, wenn Sie Fragen haben. Dank Show2Dog sind Sie viel weniger besorgt. Stimmt das Leute? Es ist ein schneller Chat für sofortiges Feedback verfügbar. Regelmäßige Kontrolle der Verschreibung, benutzerfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche, Videoanrufe, Notfällen, alle Vitalfunktionen und Symptome wurden bereits vom Patienten angegeben. Wir bewahren Ihre Zeit, Ihr Geld und Ihr Leben. Das ist Alex. Er glaubt, dass er Grippe oder vielleicht Covid hat. Er hat sich sofort mit seinem Hausarzt in Verbindung gesetzt und nach einigen Tests und einem Videoanruf hat sich herausgestellt, dass er einfach gegen seine neue Katze allergisch ist. Der Hausarzt schickt Alex mit seinem Show2Dog-Abonement an einen Allergologen. Ja, das kann er auch. Show2Dog.net Partner für Pflege